unterwerfen das geht das machen wir jetzt wir unterwerfen jetzt das schaltum hier dann gehe ich mal bei ihm hier rein krieg erklären dann auf jeden fall hier armee ausheben das ist jetzt ein wichtiger feldzug das ist richtiger welt richtiger wichtiger feldzug wenn wir den hier bezwungen haben das war geil guten tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge crusader kings 3 ja hier ist natürlich gerade wieder krieg und so und alles und so und ja wir erobern jetzt hier gleich die nächste stadt hier oben den krieg muss mir ja leider beitreten weil der hannis da neben uns jetzt nicht immer mitmacht und wir wollen ja den hier direkt in die knie zwingen das wäre auf jeden fall geil weil wir enormen land zum wachs die belagerung läuft die denke ich top 3000 gegner das wollen die groß ausrichten ich will ja auch mal ein bisschen club belagerung gewonnen mal kaum 47 prozent erst weißt du das da was seid ihr da jetzt bist bist du bist du freund oder feind das war sie jetzt gar nicht ich glaube er ist halb freund halb feind wir gehen mal nach der drüben einfach mal wird schon schief gehen spulen hier ich glaube ihr wir können hier nichts belagern ich gehe mal hier in den norden wir wurden drum von uns glaube ich zurückgeschlagen laufen nach da oben die können hier nichts waren dann gehen wir mal in diese stadt hier hin wir müssen ja das bündnis in die knie zwingen er hier ist eigentlich schon lang fertig nur die bauern hier unten drehen ein bisschen ab sonst würde das hier 34 prozent junge bist du so unfähig was zum was ist mit meiner hä war was zum wie kanntest du trottel ich sag nichts die belagerung pfeift ihr auf jeden fall dann gehen wir hier mal kurz hin zu der stadt hier wer hat hat ist die jetzt schon eigentlich ich alles noch nie sogar ich glaube die ist schon die gehört nähe ich gerade unseren krieg nicht so recht belagere ich jetzt hier oder belagere ich jetzt nicht hier scheinbar nicht hier das kann ich auch nicht belagern da hinten sind leute dann gehe ich halt noch da oben dauert drei jahre bis ich da oben bin aber vielleicht auch mal pläderung es musst du hier langsam zu ende sein dieser dumme krieg hier ganz ehrliche das war ein dummer krieg er jetzt mir ein bisschen bisschen struggle gegeben hier ganz ehrlich muss auch gucken dass ich hier mehr besitztümer mehr horten kann weil als könig dürfen wir jetzt vier haben statt drei das hier mal kurz zwei monate in den krieg werde jetzt schon wieder was für ein affe bist du bist du gegen gegen verbündete feind wer ist denn der westen der feind der drüben weißt du was macht dann scheiß trick alleine mir doch jetzt dumme jahre jetzt in der lauf bursche und mache hier 15 kriege auf einmal 88 prozent das hier oben könnte hier oben das war leichter und schneller speichern fürchterlich also manchmal denke ich echt hier wirklich die leute sind von allen juden ja ist dann verlassen nur dass der kack kriege zu ende ist und ich glaube der ist jetzt hier zu ende dann wenn ich hier jetzt das hier obere ist auch hoffe ich vorbei zwischen den fronten unruhen zwischen den kindern maria wollte den anderen eine predigkeit und wurde ziel einer rangerei oder auf gegen dazwischen und versuchte nach kräften sie zu verteidigen war ich niemals vor der ausforderung zurück orlof schafft verliert eine verliert eigenschaft tapfer hält eigen warum verliert er immer die eigenschaft tapfer religiöse eifer das ist gut der sollte behalten das finde ich gut bin ich mit dem da jetzt auch im krieg ich glaube ja der gehört auch mit dazu aber der krieg ist ja jetzt hoffentlich gleich vorbei in drei zwei eins sieg hopp junge mach frieden forderung erzwingt ich habe jetzt 90 prozent einer kack arbeit gemacht borster alt geworden ich mache jetzt hier frieden sonst ist sie aber so sei es schön frieden jetzt tue ich mal ganz kurz meine leute hier auflösen ja toll blub 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 ding verfügbar so kurze waffenstände und keine brüste wenn sie gebraucht werden du das ist gut das ist gut das ist lecker schmecker das ist lecker schmecker was haben wir denn bis hier jetzt stoppt nicht drückt mal auf stopp und ich speichern noch mal alter im spiel hier hier speichern 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 mach ich mal mich hier kann auch ich löse geld ja gut das da einfach weil dann lasse ich mal noch ihr könnt den titel herzogtum von norland schaffen auch hier mehr bekommen toll das hat sich richtig gelohnt titel schaffen gut zu viele gehaltene herzog thema dann machen wir ja norland weg vergeben an rang meinung von euch würdest du dass du bekommen titel vergeben für dich schön für dich macht spaß geil das ist das ist schwein das ist schwein unsere möbel aus kerne wächst und warum habe ich jetzt unterwerfen das geht das machen wir jetzt wir unterwerfen jetzt das schaltum hier dann gehe ich mal bei ihm hier rein krieg erklären dann auf jeden fall hier armee aus eben weil das ist jetzt ein wichtiger feldzug das ist richtiger welt richtiger wichtiger feldzug wenn wir den hier bezwungen haben das war geil werden wir wir gehen ziehen jetzt auf jeden fall nach da unten wird schon schief gehen schmeichert mir tolle sache runter definitiv runter sind wir hier und greifen direkt mal hier dieses städtchen an druckmittel ausgelaufen ist natürlich ein bisschen kacke ich hoffe dass meine anderen fürsten hier auf jeden fall hier beistehen werden die stadt erobern wir im fluge tut das nötigste ausgezeichnet wir sind halt jetzt leider schon alter knacker na oh kacke unser zeug hier oben wird angegriffen wie weit ist das hier unten jetzt fünf tage ein tag gut angenommen äh majestätische ausstattung ich drohne über eine untertan wenn ich auch entsprechende gewänder und schmuck kleide also daran erinnern dass ich hier national war er haltet 100 diplomatie lebenswunderbar strahlen gewand 34 prozent 36 prozent da war ich lieber das gleich kacke vergelabt leere rat posten ok wir müssen auf jeden fall da mal hochtug an leere rat posten das müssen wir füllen dann da kommen harry zu weisen so speichern wir mal ich weiß wahrscheinlich spiele ich nicht optimal oder sehr dumm bin ja noch voller nur müssen unser land retten der kampf erfacht minus 18 minus 22 aber das sieht doch nicht schlecht aus warum baum sind wir nur noch so wenig hier oben minus 20 hier hat 3 warum baum sind wir nur noch so wenig ja noch null männer sieg kann ich doch auch 1600 sind geflogen ja ok das erklärt warum wir so wenig männer haben ok dann gehen wir mal nach oben wir folgen die jetzt hier mal so was da jetzt alles passiert zur herrschaft erzogen bündnis ausgelaufen ratsmitglied ist gestorben ratsmitglied ist glaube ich heute nicht unbedingt meine ratsmitglieder hier als ritter rein stellt zu weisen und ja du hier zu weisen wäre vielleicht auch nicht schlecht dass ich nicht meine ratsmitglieder die alle ansprache auf fingieren gemeinde fingieren ok machen wir mal ganz ehrlich ich wüsste auch mal gerne wie man jetzt hier versorgenstelle versorgenstelle gibt ahnung wie viele truppe hier ein ding haben können keine besitztümer verfügbar die man errichten könnte hm vielleicht kommt es dann mit der zeit das muss ja auch mal gucken wie das geht weil das würde mich nur brennt interessieren ähm play na hop leute wir sind schneller 2 hat der geben wir den da lieber nach das wagen die sich ja auch hier mal in meinen länder hier anzugreifen da fahren wir halt wieder runter solche gümbels ganz ehrlich hier drei waren ländereien an er geht auch hier hin uh leere ratsposten was ist jetzt hier schon wieder schon wieder ein gestorben na gut kriegst du was für die jetzt hier nein 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 hier die stadt will ich erobern ich würde auch mal interessieren zwei weitere den krieg rufen ich weiß nicht das ist echt etwas merkwürdig ganz ehrlich ist etwas merkwürdig ich mach mal dass du jetzt hier die belagerung fertig auf jeden fall komm klub und dann gehe ich mit den truppen hier mal direkt zur hauptstadt durch ley oh 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 macht stufe erhöht und ruhe zwischen den kindern olav was sind jetzt schon wieder verliert eigenschaft ruhig erhält eigenschaft tapfer hüten ist ausgelaufen habe ich bald keine verbündeten mehr wenn es weiter geht höh ähm wertvoller gefangenname uha das ist richtig geil 100% forderungen erzwingen erzwingen so sei es wie uh eine einladung ball ja ich bleibe nicht länger als das ganz ehrlich schön gut der krieg war ja eigentlich reicht dort flotzer flott war ja richtig flotty flott flott also ich finde es komisch ist es jetzt gehört es zu uns oder ich weiß es nicht ganz so beeinflussen komplott schmieden haben wir das auf jeden fall noch beziehungsweise warum habe ich das jetzt gemacht dass da hier jetzt hätte er auch einfach machen können geht nicht mord geht jetzt auch nicht mehr kann wir hätten ja auch einfach beiseite räumen können wir trottel 5000 hätten wir jetzt schon die stelle wird hier mehr plus 155 pro monat das ist das ist ein schweden reich vor allem den all ist ein ganzes zeug haben wir bekommen was denn jetzt hier die bitte für sich eine hingabe zu weisen königin was er bittet mich probe ihrer hingabe anzudenken ja haltet leidet unter schlafmangel ja pflicht nacht brauchen die zu machen ganz ehrlich die karte was jetzt schon wieder das geld ist gehört in den kerker ja tschüss gut ich würde auch sagen das war es noch so weit von dieser wunderschönen folge crusader kings 3 und ja bis dahin macht's gut bis zum nächsten mal ciao